Viva Legionäre, es ist wieder mal Zeit für eine Alokuzio auf YouTube, die anstelle der Alokuzio des Senatustreffens jetzt hier gepostet wird. Wir haben zwar ein Treffen über Zoom heute mit Vertretern der Präsidien und der direkt angeschlossenen Räte. Wir haben ursprünglich gehofft, dass es vielleicht doch möglich sein würde, das Senatustreffen zu halten, aber leider wäre es ein bisschen zu gewagt, ein so großes Treffen mit Vertretern aus so weit verstreuten Teilen Österreichs durchzuführen. Liebe Legionäre, wir wollen ja in diesen Monaten bis zu 100-Jahr-Feier auf den Elphi Lemp schauen und da möchte ich nur auf einen Aspekt hinweisen. Wir sehen, dass Elphi Lemp mit sehr großer Leidenschaft sich der Ausbreitungsarbeit in Südamerika gewidmet hat. Nun, Leidenschaft. Auch wir kennen in uns Leidenschaft. Und es gibt viele Dinge, die wir mit Leidenschaft tun, die alle Menschen mit Leidenschaft tun. Das können leider auch schlechte Dinge sein oder es sind Dinge, die vielleicht nicht schlecht, aber auch nicht gut sind. Aber Leidenschaft ist immer in uns. Was ist Leidenschaft? Es ist etwas, was wir in gewisser Weise passiv zuerst einmal erleben. Denken wir daran, wenn wir die Nachrichten hören, dann löst das immer in uns etwas aus. Manchmal bedrückt es uns, manchmal macht es uns Sorgen, manchmal weckt es in uns Hoffnung. Und das ergibt sich ganz spontan und zwar genau je nachdem, was uns wichtig ist. Nun, so ist es auch mit den Ereignissen des Alltags. Was immer passiert, das dringt in unser Inneres ein und löst in uns bestimmte Gedankengänge aus, manchmal Worte, Taten. Und wir wissen, dass die große Herausforderung ist, dass wir nicht einfach da spontan uns irgendwelchen Überlegungen hingeben dürfen oder einfach unüberlegt etwas sagen sollten oder einfach so aus dem, wie man so schön sagt, aus dem Affekt heraus handeln, sondern dass wir ja doch uns auch überlegen müssen, ist es richtig, was wir da tun. Aber das ist nicht so einfach, weil Leidenschaft in uns ist. Und je nachdem, wie ein Mensch eben ist und was ihm gerade wichtig ist, je nachdem, lösen die Dinge in ihm ein stärkeres Streben oder eben Widerstreben gegen bestimmte Dinge aus. Und dann müssen wir uns eben oft selber vorwerfen, meine Güte, da hättest du ruhig das ein bisschen ruhiger überdenken können. Du hast das falsch eingeschätzt, du hast wirklich besser den Mund halten sollen oder eben, das war eigentlich überflüssig, hast du dich da so gesorgt und gemüht und dabei wäre es gar nicht notwendig gewesen. Wer von uns kennt das nicht. Das also ist eben, weil wir von Leidenschaften bestimmt werden. Nun, das Ziel ist jetzt nicht, dass wir keine Leidenschaften haben. Es gab in der Antike eine griechische Philosophie, die Stoa, der Stoiker, war einer, der ist immer gelassen geblieben. Nichts hat ihn irgendwie in Aufregung versetzen können. Wir kennen das Wort Stoisch, ein stoischer Mensch. Aber darin liegt eigentlich keine Vollkommenheit. Schauen wir auf Jesus. In Jesus können wir sehr starke Gemütsbewegungen wahrnehmen. Er konnte wirklich von großer Trauer erfüllt sein und weinen. Er konnte sich sehr ärgern. Er konnte ein tiefes Mitleid zeigen. Bewegt sein. Und so, liebe Legionäre, also sehen wir, aha, die Leidenschaft ist nicht etwas Schlechtes, sondern wir können beim Herrn prüfen, ja, woraus ist seine Leidenschaft eigentlich entsprungen? Nun, die Leidenschaft bei uns Menschen entspringt sehr oft eigentlich unseren eigenen Wünschen und unserem eigenen Willen. Bei Jesus ist es anders. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und wenn er also Gemütsbewegungen zeigt, dann werden die nicht ausgelöst einfach von dem, was er gerade empfindet irgendwie, sondern doch von seiner starken Ausrichtung auf den Willen des Vaters. Was den Vater verletzt, das betrübt ihn. Und was seinem Vater und der Heiligkeitszeit des Vaters widerspricht, das ruft in ihm Ärger hervor. Und dort, wo eben die Liebe Gottes Erbarmen hat, dort ist auch das Mitleid in Jesus groß. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass er seinem eigenen Empfinden Widerstand leisten konnte, wenn etwas nicht dem Willen Gottes entsprochen hat. Denken wir daran, wie er eben doch seine Eltern danach sich suchen lässt im Tempel, wo man das schon merkt, wie sehr er im Vater ruht, muss ich nicht in dem sein, was meinem Vater gehört. Aber sicher hat ihn das innerlich bewegt, aber es hat ihn nicht veranlasst, anders zu handeln oder zu sprechen, als er wusste, so ist es der Wille meines Vaters. Oder wie die Schwestern des Lazarus ihn verzweifelt um Hilfe bitten, er soll doch kommen, ihren Bruder zu heilen. Es ist aber nicht der Wille Gottes. Jesus zeigt ihnen scheinbar die kalte Schulter, um nur so ein paar Beispiele zu nehmen. Jesus hatte natürlich da Empfindungen, aber seine Leidenschaft war es, wie es im großen Gebot der Gottesliebe heißt, Gott mit ganzem Herzen und ganzer Kraft, mit ganzer Seele und allen Gedanken zu lieben. Nun, wenn wir also noch einmal zurückgehen zum Elphilemb, dann werden wir sagen, die Leidenschaft des Elphilemb wird wohl nicht gewesen sein, eine Leidenschaft, die aus natürlichen Motiven entsprungen ist, wie zum Beispiel Abenteuerlust. Viele junge Menschen haben ja ein großes Fernweh und gehen gerne einmal woanders hin. Sicher war es auch nicht Langweile oder Überdruss wegen seiner damaligen Lebensumstände. Und schon gar nicht wollte er sich oder anderen etwas beweisen, irgendwie da sozusagen eine besondere Rolle spielen zu dürfen, wie es ja gar nicht so selten bei uns Menschen ist, als Auslöser für Dinge, die wir tun. Nein, sondern wir können wohl sehen, dass diese Leidenschaft übernatürlich war, denn auch trotz großer körperlicher Schwäche und vieler anderer Schwierigkeiten, von denen uns viele sicher gar nicht bewusst sind, hat er sich eigentlich bis zur Erschöpfung eingesetzt. Es war in ihm eine Leidenschaft, die Liebe zu Gott und zu Maria. Nun, dort wollen wir alle hin, liebe Legionäre. Und bei diesem Übergang von der Leidenschaft, die aus unseren Wünschen entspringt, hin zu der Leidenschaft für den Willen Gottes, ist uns die Hingabe an die Gottesmutter eine große Hilfe. In der Gottesmutter sehen wir das, diese Ausrichtung. Man kann auch bei ihr das sagen und das Gebot der Gottesliebe so umformulieren, dass auch sie wirklich mit ganzem Herzen und ganzer Seele all ihren Gedanken und all ihrer Kraft gesucht hat nach dem Willen Gottes, den zu erfüllen. Und wenn wir also diesen Schritt der Hingabe setzen, dann geht es ja immer darum, einen Schritt von uns weg zu ihr hin. Also von unseren Wünschen weg. Was könnte Gott wollen? Nicht meine Empfindungen sollen Auslöser meines Denkens, Redens und Tuns sein, sondern die ehrliche Frage, die Sorge, aber was wünscht Gott? Und da stellen wir uns unter ihre Führung und bitten sie um ihre Hilfe, dass sie uns mehr und mehr dorthin führt. Ich glaube, dass gerade die Umstände der Pandemie zurzeit, die uns nicht erlauben, dass alles in gewohnten Bahnen läuft, wie es halt bisher war, die uns einladen, zu hinterfragen, warum wir das tun, was wir tun, auch in der Legion. Ist es Gewohnheit, ein allgemeines Pflichtbewusstsein? Sind es vielleicht niedrigere Motive, wie zum Beispiel der Wunsch nach Zeitvertreib, Abwechslung, Selbstbestätigung? Haben wir vielleicht ein besseres Motiv, wie man muss ja etwas tun für das Reich Gottes? All das ist aber eben nicht doch die Leidenschaft für den Willen Gottes, das, was Gott von jedem von uns persönlich wünscht. Und so lade ich uns alle ein, diese Zeit zu nützen und dieser Frage mit der Hilfe der Mutter Gottes nachzugehen und immer mehr in diese Leidenschaft für den Willen Gottes hineinzuwachsen. Dazu segne ich euch auf die Fürsprache der Mutter Gottes, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Auf Wiedersehen.